www.polizei.co Presseecho 7 Schwerverletzte bei Reisebusunfall auf der Wegscheide im Odenwald Reisebus mit Rentnergruppe und Kleinbus krachen an einer Kreuzung zusammen. Am Freitag, 9.09. ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B460, Höhewegscheide, ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein mit ca. 25 Personen besetzter Reisebus des Michelstädter Unternehmens Wiesmüller, die B460 von Fürth kommend, in Fahrtrichtung Hiltersklingen. Zeitgleich befuhr der Kleinbus einer 44-jährigen Fahrzeugführerin aus Mainz DL3105 von Reichelsheim kommend, in Fahrtrichtung Waldmichelbach. Nach aktuellem Ermittlungsstand überfuhr der Kleinbus die Kreuzung, ohne den vorfahrtsberechtigten Reisebus durchfahren zu lassen. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurden sowohl die Insassen des Kleinbusses als auch einige der Insassen des Reisebusses verletzt. Die schwer verletzten Personen wurden mit zwei Rettungshubschraubern und mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird mit ca. 35.000 Euro beziffert. Die Rentnergruppe wurde nach dem Unfall in einem nahegelegenen Hotel betreut. An dieser Kreuzung passieren regelmäßig schwere, oft tödliche Unfälle. Neben Rettungsdienst und Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Screenshots via KreuzTV News Untertitelung des ZDF für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Vielen Dank.